Herzlich willkommen zur neuen Radio Teddy Challenge. Es geht ums Surfen und das ist das Ding, mit dem wir surfen. Das ist die erste und einzige aufblasbare große Wellenreitanlage. Hier mal 10 Cent in Wildau. Und ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns mal das Teil von vorne an. Also, das ist ein riesiges Luftkissen mit einem Strömungskanal. Das Wasser kommt von vorne. Und unsere Aufgabe muss es jetzt sein, wir werfen unser Barrett in diesen Strömungskanal rein. Und hüpfen dann irgendwie rauf oder irgendwie. Hauptsache wir stehen irgendwie drauf. Und wer von uns beiden länger auf dem Surfbrett draufsteht, hat die Radio Teddy Challenge gewonnen. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt aufs Brett zu sprengen und nicht daneben. Was denkt ihr? Wer ist besser? Wer bleibt länger auf dem Surfbrett stehen? Christina? Oder ich? Ich habe hier einen Schluck. Auf geht's. Musik 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 Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Und wie ihr sie macht, das ist jetzt besser. Das war jetzt dein Probeversuch, was ist deine Einschätzung? Ich könnte es knapp schaffen. Das denke ich gerade auch von mir. Erste Runde. Tobi hat sein Surfbrett verhält. Drückt mir die Daumen. Los geht's! Lässt es jetzt los. Spring drauf. Er steht. Jetzt steht er. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt steckst du vier Sekunden. Ich hoffe, dass du es nicht schaffst. Hält es fest mit dem hinteren Fuß. Und springt jetzt rauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt ist das Brett fest. Es ist immer noch fest am Bodenrand. Sechs, sieben. Du hast die Radio-Tädie-Challenge gewonnen! Du hast die Radio-Tädie-Challenge gewonnen! Es surft am Rand, aber das Brett ist lose. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt mal ganz ehrlich, die sah schon eleganter aus als ich, oder? Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt könnt ihr euch nochmal angucken, dass nicht nur wir uns so blöde darauf anstellen. Wir beobachten ihn mal noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.